Wo ist Lord Hagen? Ist er noch im Minental oder hat er sich mit seinen Männern ins Kloster, auf Onas Hof oder sonst wo zurückgezogen? Das Kloster wird wohl zu klein sein, um so viele Kämpfer aufzunehmen. Ich sollte daher mein Glück zunächst auf Onas Hof versuchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, wir haben Gernot berichtet über die Situation auf Korine. Dabei haben wir folgende Geschichten. Wir haben zum Beispiel auch die Rückeroberung natürlich als Auftragsquest bekommen und Informationen vom Fischer Farim vom Leuchtturm bekommen. Vater und Mutter können wir bei der Gelegenheit auch mal wieder finden. Tja, Ork Söldner auf Korines, da gab mir auch wieder der Gernot den Auftrag, wie stark sie sind und wer der Anführer ist. Gehen wir also weiter ins Spiel. Tja, ich müsste wieder mit Dandolo, beziehungsweise Dandolo wartet ja jetzt drüben auf der Insel, so habe ich ihm das ja gesagt. Ups, ich habe vergessen einzuendern, einzukaschen. Ah, ja, 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 bup, 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 bup. Mal kurz, ja, jetzt geht's doch. Jipp, das heißt, also, wer werdet denn hier auf mich? Achso, das ist natürlich Volker. Das heißt, wir werden hier drüber schwimmen. Das Ganze werde ich natürlich auch wieder raffen, damit das nicht allzu lange dauert. Bei der ersten Folge gab es eine leichte Überziehung. Ja, ich versuche das hier mit nicht zu machen und zeitig aufzuhören, obwohl es sehr spannend ist, finde ich. Ja, da wartet schon mein treuer Gefährte Dandolo auf mich. Na, in der Nähe einer hübschen Frau, das war natürlich wieder klar. Ja, und aufs aufhören. Dandolo, komm mal mit. Komm mit. Auf geht's. Als erstes gehen wir wieder zu Baltram, um ihn den Passierschein, hätte ich beinahe gesagt, zu übergeben. Nein, die Legitimation. Ich habe die Bescheinigung. Hier, Lies. Jawohl, ich glaube dir. Du bist wirklich ein Bote des Königs. Sag ich doch. Sagst du mir jetzt, wo sich die Flüchtlinge in der Stadt versteckt halten? Aber sicher. Sie halten sich in der Kanalisation von Korinis verborgen. Da du Bospas Sohn bist und aus Korinis kommst, wirst du sicher dessen Zugang zur Seeseite kennen. Klar kenne ich den. Als Kinder haben wir dort gerne immer Verstecken gespielt. Stimmt. Jetzt, wo du das sagst, fällt mir das auch wieder ein. Der Zugang ist zwar jetzt verschlossen, doch das ist kein Problem, da ich den Schlüssel habe. Hier hast du ihn. Ach ja, deine Bescheinigung willst du sicher auch wieder haben. Klar. Wäre schön, wenn ich sie wieder bekommen könnte. Na also, also doch über den, über die Kanalisation, Kalanisation, alles klar, meine Versprecher. So dann, Dolo. Also geht es doch zur Kanalisation rüber. Oh, da als Kind gespielt zu haben, in der stinkigen, miefigen Kanalisation. Ne. So was habe ich auch nicht gemacht. I feel no hands. Das geht gar nicht da. Ja. Wo bleibst du denn? Ah, okay. Er wartet hinter mir her. Vielleicht fängt er wahrscheinlich wieder an, an meine Füßen zu kitzeln. Ne, doch nicht. Er wartet noch. Los. Wir dürfen keine Zeit verlieren. So, jetzt fängt er wieder. Aua, kitzelt das. Aua, kitzelt das. Immer mit seiner linken Hand. Immer kitzelt er mir an den, mit seiner linken Hand an meinen Füßen rum. Hä? Sollte mir wahrscheinlich meine Schuhe neu besohlen lassen. Eine dickere Sohle, damit ich das Kitzel nicht so spüre. Ha. Du, Dandolo, jetzt werden wir... Äh, hier, also... Oh, hä. Oh. Da steht ja schon mal gleich eine Gestalt. Ja, Dandolo, da steht eine Gestalt. Aber was macht die Gestalt? Hey, wo kommst du denn plötzlich jetzt her? Na, hier durch diese Tür. Siehst du doch. Ja, ja. Den Schlüssel hast du wohl von Baltram, was? Aber etwas überrascht bin ich doch. Du gehörst nicht zur Miliz von Korines. Denn wenn das so wäre, müsste ich dich kennen. Du trägst aber den Waffenrock des Königs. Also, wer bist du? Mein Name ist Roland. Ich gehöre zu dem Kriegsschiff Albatross, das aus Vengard kommt. Aus Vengard? Dann ist die Hauptstadt noch nicht erobert? So viel ich weiß, noch nicht. Na, immerhin. Aber wo ist denn euer Schiff? Wo ankert es? Sicherheitshalber ein paar Seemeilen von hier entfernt. Damit uns die Orks nicht bemerken. Ich aber habe den Auftrag bekommen, mich hier zu erkundigen, wie die Lage ist. Die Lage? Die ist absolut verzweifelt, kann ich dir sagen. Wir waren schon lange durch die Orks bedroht, aber meistens vom Minental aus. Aber dass die Orks mal die Stadt von der Seeseide her angreifen und sogar erobern würden, das konnten sich wohl nur die wenigsten Bürger vorstellen. Ja, das ist doch Alrik. Was gibt's denn da zu fragen? Kennen wir alle. Wer bist du? Mein Name ist Alrik. Ich war früher genauso in der Armee wie du. Ich habe die Jungs damals im Schwertkampf ausgebildet, habe den Haufen dann aber verlassen, um mein Glück im Abenteuer zu finden. Zuletzt bin ich hier in Kurines gelandet. Tja, das war wohl der dümmste Einfall meines Lebens gewesen. Aber, was soll's. Habe hier eine Zeit lang Wettkämpfe veranstaltet, um mich über Wasser zu halten. Wurde aber von der Miliz nicht gerne gesehen. Als die Orks kamen, nahm ich natürlich an der Verteidigung der Stadt teil. Wir kämpften auch so lange wir konnten. Die Übermacht aber war einfach zu groß, sodass wir fliehen mussten. Die feindliche Flotte hatte mindestens aus 20 Schiffen bestanden. War schon ein imposanter Eindruck gewesen. Die königlichen Truppen können von so einer Flotte heute nur noch träumen. Unsere Schiffe liegen mittlerweile alle auf dem Meeresboden. Oder wurden so Orkschiffen, wie bei der Flotte der Angreifer. Da staunst du, was? Aber ich sage dir, diese Orkschiffe, das waren durchweg allemal Schiffe des Königs gewesen. Wurden allemal von den Orks geändert. Zugegeben, ein bisschen heruntergekommen sahen sie schon aus. Aber sie waren immer noch seetüchtig. Tja, schließlich flohen nach dem Kampf die meisten der Bürger wie die Wahnsinnigen aus den Stadttoren hinaus. Ich hatte es mit mehreren anderen aber nicht mehr geschafft, da die Orks sogleich die Tore besetzten. Zum Glück stießen wir auf Hanna. Sie erzählte uns, dass sich unter ihrer Herberge ein Zugang zum Kanal befindet. Und so sind wir schließlich alle hier gelandet. Um nicht von den Orks entdeckt zu werden, haben wir den Zugang nach oben verrammelt. So sind wir hier einigermaßen sicher. Die Frage ist allerdings, wie lange? Aber sieh dich ruhig mal hier um. Die anderen können dir sicher auch noch einiges erzählen. Herrlich. Herrlich, diese Parallele mit Hanna und dem verrammelten Raum zur Kanalisation. Das finde ich richtig klasse. Super guter Anschluss. Ja, dann gucken wir uns mal ein bisschen um. Also, was gibt es hier noch zu finden, außer irgendwelche komischen verdreckten, verrosteten Sachen? Boah, wie kann ich mich bloß in der Kanalisation auswendig kennen? Ne, äh, was habe ich denn da erzählt? Hoffentlich kenne ich mich noch ein bisschen in der Kanalisation aus. Das ist ja alles so alt. Da müsste noch eine Fackel sein. Ne, eine Pfeile. Pfeile. Hier gibt es ja noch mehr. Also. Gut, ein bisschen gelootet. Hier ist das Türchen auf. Oh, ist das dunkel. Das ist mir zu dunkel. Dunkel, dunkel, dunkel. Deswegen werden wir mal eine Fackel fackeln, anfackeln. Wenn ich bloß wüsste, wo sie ist. Die ist doch meistens immer ganz unten hier. Super. Ja, eine Mana-Essenz. Hier gibt es eine widerliche Belia-Statue. Geht mir auf die Ketten. Noch ein bisschen Essenz der Heilung. Gucken wir mal. Was hat sich denn hier verändert? Die Truhen müssten eigentlich leer sein, oder? Ja. Auch das ist berücksichtigt worden. Jo, dann geht es mal hier weiter. Habe ich noch was vergessen da in dem Raum? Weiß ich nicht. Will ich auch nicht wissen. Doch. Falls was ist, Leute. Oh, ein Schalldeichen. Gucken. Nimm mich nicht. Äh? Ach so. Das ist hierfür. Okay. Dann machen wir das Tor wieder auf. Hallo? Ja. Zweimal betätigen, dann ist alles gut. Dann gibt es nämlich hier noch eine Extrakt der Heilung zu finden. Und ein Mana-Extrakt. Schön. Oh. Kann Dolo mitkommen? Oh, ich erstinke hier drin. Keine Ratten mehr. So, dann gehen wir erst mal hier in die Richtung. Oh. Oh, oh. Dolo, ich glaube, wir müssen noch mal hier rein. Hier gibt es nichts. Ah ja. Meine Orientierung. In so dunklen Verlisen. Hier ist eine Tür. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. So, genau. Können wir ja. Oh, da hinten ist ein... ...ein hohes Tier. Einer aus dem Oberdorf. Gucken. Also hier wird hier... ...Kreis gelaufen. Oh, hier ist noch eine Tür. Okay. Hä, ist das, den wir eben gesehen haben? Nö, das ist ein anderer. Hier ist noch einer. Geflüchtender. Geflüchteter. Yoga! Grüß dich, Yoga! Wie geht's? Was geht dich das an? Kümmer dich gefälzt um deinen eigenen Kram. Eigentlich wollte ich nur wissen, ob ich mit dir handeln kann. Ist das ein Witz? Meinst du jetzt, weil ich hatte noch die Zeit, meine Waren einzupacken, als die Orks die Stadt angegriffen hatten? Hm. Keine Ahnung. Hattest du? Natürlich nicht. Und jetzt lass mich endlich in Ruhe. Ja, hätte Roland sich auch denken können. Also respektive ich. Ja, ist klar. So, dann bist du der Zuriss, der Händler. Richtig. Hi. Du bist Händler, richtig? Hallo. Ich bin Zuriss, Meister der Tränke. Die Stimme passt wirklich zu Zuriss, finde ich. Sehr gut. Es wäre einfach, seinen Trank zu stehlen. Guck, guck. Aber er zeigt mir noch seine Ware. Ey, das ist cool. Damit konnten die Orks wohl nichts anfangen. Und er hat sehr viele Sachen. Was haben wir denn alles so? Amulette Erleuchtung. Lebensenergie Bonus 30. Mana plus 10. Dann Gürtel der magischen Abwehr. Dann Feuerpfeil. Feuerregen. Kleiner Feuersturm. Untote vernichten. Eispfeil. Dämon beschwören. Also der hat richtig gute, teure Sachen. Hier. Was haben wir hier? Blitzschlag. Licht. Feuerball zum Beispiel. Auch gut. Teusen der 50. Eiswelle. Eisblock. Goblin Skelett. Golem erwecken. Uiuiuiui. Skelett erschaffen. Wolf rufen. Unwetter. Windforst. Und Blitz. Den muss man sich merken. Dann hier. Göttliche Kraft der Gestirne. Roter Tränenpfeffer. Und Apfeltabak. Das behalte ich. Stopp mal. Stopp mal. Stopp mal. Nochmal. Ich habe was übersehen. Zeig mir deine Ware. Ja, ja. Das war hier. Was ist das? Elixier der Stärke. Stärke Bonus plus 3. 2.500. 1.500. Alter. Ach. Ich kaufe es. Ich kaufe es, nachdem ich jemanden plundere, den ich nicht brauche, verkauft habe. Also zum Beispiel. Ui, weshalb habe ich mir hier eine Schlachtachs da? Da brauche ich mal viel Stärke. So, Paladins Feuerhinder geschärft. Inquisitor. Das ist... Brauche ich das? Naja, Schaden. 120 Stärke. Behalte ich nochmal. Mal Paladins Schärfe geschwert. Was haben wir denn hier? Ah ja, Ork-Exte. Die können wir ihm mal verkaufen. Brauchen wir nicht. So, dann haben wir hier eine schwere Nagelkeule. Den brauchen wir nicht. Normale Schwert. Na, das lassen wir mal. Ach, was soll's. Der kriegt die ganzen Exte. Ich glaube, da muss ich wohl nichts mehr berücksichtigen, weil ja so viele Orks da in Korinus sind. Ähm... Da braucht's irgendwie nix. Obes Kriegsbeil, zwei verrostete Teile da. So, da soll's erstmal an Waffen gewesen sein, bevor ich mir hier den Stärke-Elixier, Trank der Geschwindigkeit, haben wir selber, hab ich jetzt gekauft. Und ich werde natürlich auch meinen Trank trinken. Das ist natürlich klar, Elixier der Stärke. Trank der Geschwindigkeit... Ne, das ist... Ne, wir haben jetzt Stärke plus drei. Stimmt das denn auch? Ja, das stimmt's auch. Und dann, Dolo, weiter geht's. Jora. So, die... Hatten wir die Truhe schon? Da waren dann... Hm, sicherheitshalber nochmal gucken. Oh, hatten wir noch nicht. Da hat wohl jemand was neu reingetan. So, äh, Reorientierung, die fünfte, sechste, siebte, achte. Abzweigung. Ah, ja, richtig. Hier müssen wir lang, weil da steht hier einer aus dem Ober... Aus der Oberstadt. Aus der Oberstadt. Und zwar... Buus. Buus? Hä? Kenne ich Buus? Hey! Hey! Ja, was ist? Was willst du von mir? Wollte nur mal fragen, wie es euch hier unten in der Kanalisation geht. Na ja, ich komme klar. Ist aber ein bisschen langweilig. Wenigstens muss ich nicht arbeiten. Haha! Wenn du ein Bier hast, das wär jetzt genau das Richtige. Natürlich haben wir da ein Bier für dich. Trinkst du überhaupt Bier? Darfst du überhaupt Alkohol trinken, Buus? Deine Stimme kenne ich nämlich, hab ich bearbeitet. Hier hast du dein Bier. Oh, das schmeckt gut. Danke, Mann. Du bist mein Held. Ihr habt Glück, dass euch die Orks noch nicht entdeckt haben. Du sagst es. Aber wenn ich nicht bei der Flucht gestürzt wär, hätte ich noch aus dem Stadttor kommen können. Lord André, der Stellvertreter von Lord Hagen und der Stadthalter Larius waren nur ein paar Meter vor mir und die haben es noch rechtzeitig geschafft. Lord André und der Stadthalter Larius? Weißt du vielleicht, wohin diese fliehen wollten? Nun, ich hatte ein paar Worte aufgeschnappt, die André zu Larius gesagt hat. Welche? Mal überlegen. Hm. Nein, es fällt mir nicht mehr ein. Ich muss erst in Ruhe darüber nachdenken. Aber das kann dauern. Solange ich hier bin und jederzeit die Orks auftauchen können, kann ich keinen klaren Gedanken fassen. Frage mich später nochmal. Am besten, wenn wir hier raus sind. Okay. Alles klar, wenn wir hier raus sind. Ja, so sieht das aus mit Buß. So, dann werden wir erstmal kurz hier nochmal reingucken. Was gebe ich denn hier noch zu looten, zu sammeln? Oh, so. Stickige Luft. Hm. Gucken. Dann Dolo. Ist hier was eventuell versteckt? Nein. Gut, dann denke ich auch mal, dass hier nichts versteckt ist, sonst wäre es offensichtlicher. Also, dann gehen wir jetzt mal wieder an Buß vorbei und da kommt auch schon gleich der nächste. Das ist nämlich Meldor. Hallo, Meldor. Kiffen. War klar. Was willst du? Ich sehe mich hier nur um. Und wo genau willst du hin? Ich suche hier auf der Insel nach meinem Vater Bosbar. Doch bevor ich die Suche starte, versuche ich euch zu helfen, hier rauszukommen. Ich sitze hier schon einige Zeit und warte nur noch auf den richtigen Moment. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als man in dieser Gegend noch keine nassen Füße bekommen hat. Oh Gott. Der kriegt wohl Tuberkulose oder was? Weißt du, wo ich Kraut kaufen kann? Nö, keine Ahnung. Herrlich. Aber ich weiß, wo ich 55 Gold kriegen kann. Sehr gut. Ja, Meldor. Danke für die... Matteo. Ja, hallöchen Matteo. Ist auch aus deinem Laden vertrieben worden. Du da. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Du miau. Sind wir uns schon mal begegnet? Hey, Matteo. Bist du es? Was machst du denn hier? Ich bin's Roland. Roland? Was treibt dich denn hierher? Moment mal. Diese Rüstung. Du gehörst doch nicht der Miliz an, oder? Wer hätte das gedacht, dass dein Kindeswunsch doch noch in Erfüllung geht. Nicht ganz. Noch bin ich kein Paladin. Übrigens gehöre ich jetzt zur königlichen Marine. Miliz, Marine oder Paladin. Ist doch egal. Du steckst anscheinend schon mittendrin, einer zu werden. Sag mal, du bist doch nicht wegen den Orks hier, oder? Doch. Wenn ja, ihr habt nicht den Hauch einer Chance. Du siehst ja, was aus der Stadt wurde. Nur keine Sorge. Ich bin hier, um nach dem Rechten zu sehen. Ein Krieg zu führen, steht nicht in meinen Absichten. Ich bin außerdem auf der Suche nach Vater und Mutter. Deine Eltern waren auch hier unten in der Kanalisation. Sie flohen aber jedoch, bevor die Orks oben den Leuchtturm besetzen konnten. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ach, da hinten mixt eine Frau was. Deswegen diese Stöhnerei. Ja, warum habe ich das wohl jetzt gemacht? Dreckiger Dieb! Ja, warte. Toll. Okay. Schließe dich der Gilde der Diebe an und dich erwarten neue Abenteuer. Ja, wieder eine neue Information. Ähm, hier haben wir uns so ein Mädchen gesehen. Genau. Ach, hier ist die Hannah. Hallo, Hannah. Grüß dich. Wo kommst du denn her? Von einem Kriegsschiff des Königs. Mein Name ist Roland. Und wer bist du? Ich heiße Hannah. Als die Orks angriffen, bot ich allen meinen Keller als Unterschlupf. Nun sitzen wir hier fest. Doch zum Glück kommt man von hier aus zum Meer, wo der Händler Bertram auf uns wartet. Moment mal. Wieso erzähle ich dir das? Ich weiß ja gar nicht, ob ich dir trauen kann. Du kannst ja einer dieser verräterischen Orks-Söldner sein, welche sich unehrenhaft die Rüstung der Miliz angeeignet hat. Komm mir bloß nicht zu nahe, Fremder. Oh, oh, oh. Hannah, Hannah. Gibt's nichts mehr? Schade. Die vertraut mir nicht. So was Beklopptes aber auch. Hier gibt's ein Bett. Hier gibt's Gritta. Ach ja. Heute wieder mal im schönen Kleid. Im teuren, schönen Kleid. Gucken wir mal, was sie erwecken können. Verdammt. Was ist los? Aha. So. Hier gibt's nicht. Osa 20 Gold bei Gritta. Na, die war schon immer knapp bei Kasse. Konstantino. Hallo. Grüß dich, Konstantino. Dich sehen wir auch wieder. Das gefällt mir. Der alte Alchemistensohn hier. Verdammt. Was ist los? Na? Wo bleibe ich jetzt hängen? Okay. Bleibe hängen. Ich bleibe irgendwie hängen. So. Mal gucken. Mal probieren. Nö. Der hat keine Option, der Konstantino. Okay. Haben wir Pech gehabt. Hallo. Meister Konstantino. Hä? Hallo, Roland. Wie geht es dir? Wir haben uns ja schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Danke. Mir geht es soweit gut. Hast du dich auf Athanos? Sag bloß, die Orks haben auch diese Insel um uns. Nein, glücklicherweise nicht. Ich habe aus anderen Gründen Athanos verlassen. Na schön. Hauptsache, du bist hier. Choritis kann jetzt jemand gebrauchen. Ich muss mal eben die Position wechseln. Wenn Konstantino ja wirklich verschnupft ist, dann sollte er sich doch mal so einen Trank zusammenbrauen, damit es gegen Schnupfen ist. So, hoffentlich funktioniert es nochmal. So. Ja, jetzt. Jetzt funktioniert es. Zeig mir deine Ware. Ich höre Orks in der Nähe. Was sind denn das hier für Sachen? Reine Lebensenergie. Zu Herstellung eines mächtigen Trunks. Du bist anwenden, dass das Wissen der Elixierer Heilung erforderlich ist. Reines Mana. Was haben wir hier? Göttliche Kraft der Gestirne. Ja, okay. Konstantino. Ist klar. Also sowas. Sowas jetzt aber auch. Mal gucken, ob wir den alten Tatterkreis mal beklauen können. Verdammt. Was ist los? Oh Gott. Okay, haben wir geschafft. Aber was war denn jetzt mit den Orks hier im Hintergrund? Wollt er die Truhe knacken? Ach, die muss ich knacken? Ach ja. Mhm. Okay. Okay. Oh, ein paar Zauberchen und hundert goldene Stücke. Das erfreut unser Diebesherz. Ja. Gucken wir mal weiter. Können wir was beraten? Womit denn? Na, kann man nicht. Hier gibt es noch was zu lesen. Buchkommode. Der Weg des Kampfes. Hat zehn Erfahrungen gebracht. Gut, okay. Das muss eine Kombination ausführen. Schön, dass wir das auch wissen. Aber was ist denn mit dem Ork da? Ach, der ist wahrscheinlich oben drüber. Den hören wir nur. Matteo. Ähm. Sorry, jetzt bin ich völlig abgelenkt. Geht es hier noch irgendwie weiter? Außer Bettchen und sowas. Ne, hier gibt es nichts mehr. Ja, dann. Ich mach dich fertig, Moog. Oh, weia. Ich wusste es fast. Wie heißt der Nepomek? Nepomuk. Ne. Hält ihr alle wohl auf? Nempeg. Oh, Orkisches Kriegsschwert. Jupsi Daisy. Also hier gibt es noch mehr. Oh mein Gott. Also hier müssen noch mehr rumlauern. Also hier aus der Richtung. Was? Mitten im Abspeichern. Hannah ist, 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 ist in Panik. Meldor ist auch in Panik. Sind alle in Panik. Ist denn hier einer reingekommen? Aha. Gehen alle hier hoch. Dandolo, bist du noch da? Danke. Mein Gott, warum lauft ihr denn alle? Ah, jetzt geht's hoch. Ah, verstehe. Also die Tür werde ich jetzt mal nicht öffnen. Was ist denn da los? Das sind wahrscheinlich alles die Gäste des Hotels. Hey. Wer bist du denn? Verdammt, was ist los? Wie bist du hier reingekommen? Mein Name ist Roland. Ich komme aus... Mich interessiert nicht, wo du herkommst, sondern wie du hier reingekommen bist. Ach so. Nun, Baltram gab mir einen Schlüssel zur Kanalisation. Was machst du hier eigentlich? Mein Name ist Brahim. Ich stehe hier wache wegen der Orks. Nebenbei zeichne und verkaufe ich Karten. Gerade da die Orks Korinus eingenommen haben, kannst du vielleicht eine Karte der Stadt gebrauchen. Wer weiß. Vielleicht könnte sie dir ja eines Tages hilfreich sein. Zudem ist sie sehr günstig. Ja, wie viel denn? Zeig mir mal deine Karten. Gerne. Gutes Kartenmaterial ist nun mal wichtig. So. Landkarte Korinus, Stadtkarte Korinus, Landkarte Minental, Karte der Heiligen Schreine. Ach, der hat die alle. Verstehe. Landkarte Korinus. Stadtkarte Korinus. Also, Stadt kenne ich. Ah, ich werde mal vorsichtshalber meine Landkarte kaufen. Die Stadt kenne ich ja eigentlich. Kannst du mir einige Fragen beantworten? Klar. Was willst du wissen? Wo mein Vater Bospa ist. Weißt du, wo sich mein Vater Bospa aufhält? Bospa ist dein Vater? Nun, ich weiß nur, dass Bospa und seiner Frau die Flucht gelungen ist. Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber ich habe die schlimmsten Geschichten über Orks auf der Insel gehört. Es ist also sehr unsicher da draußen. Ich werde meine Eltern um jeden Preis finden. Trotzdem, danke für die Auskunft. Was willst du noch wissen? Ja, Hannah, Gritta, wissen wir doch. Hast du sie nicht auf dem Weg hierher getroffen? Ja, ja, haben wir. Ich glaube, du bist glatt an ihr vorbeigelaufen. Ah, wirklich? Werde dann nochmal genauer nach ihr Ausschau halten. Was willst du noch wissen? Okay, wenn wir schon dabei sind, Gritta. Wo finde ich Gritta? Keine Ahnung. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit ihr gestritten. Aha. Lass die Pfoten von ihr, sage ich dir. Du verbrennst denen nur die Finger. Ähm, ja. Was willst du noch wissen? Zurück will ich wissen. Wie ist die Lage? Zeig mir deine Karten. Was macht das Kartenzeichnen? Okay. Was macht das Kartenzeichnen? Ach, im Moment läuft gar nichts. Wie du siehst, muss ich hier wache stehen. Aha, mehr nicht. Und die Lage kennen wir doch, oder? Wie ist die Lage? Zur Zeit ist alles ruhig. Okay. Zu ruhig, wenn du mich fragst. Ich frage mich, warum die Orks nicht versucht haben, hier in die Kanalisation einzubrechen. Natürlich fehlt ihnen der Schlüssel dafür, aber die Tür hat bisher keinen Kratzer. Trotzdem haben wir zur Sicherheit hier alles abgedichtet und ich stehe noch da zu wache. Wie? Du allein willst die Orks aufhalten, wenn sie euch entdecken? Nein, das nicht. Ich passe nur auf. Vor allem, dass hier unten keiner zu großen Krach macht. Wieso? Wer macht denn Krach? Nun, der eine oder andere. Vor allem aber diese Gritter. Mir wird Himmel Angst, wenn die anfängt zu schimpfen. Mich wundert, dass von dem Gelaber die Orks noch nichts mitbekommen haben. Wenn ich also höre, dass irgendwelche Unterhaltungen von unten zu laut werden, gehe ich runter und sorge dafür, dass es wieder ruhig wird. Wir können es uns schließlich nicht erlauben, dass die Orks Verdacht schöpfen. Ja, die Gritter. Okay. Also wir stehen hier bei Braheben zwischen der Tür der Kanalisation, also der Tür zum Hotel. Und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Gebt mir einen Daumen, schreibt Kommentare und bis bald. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020